Musik Start! So, jetzt seht ihr mal wie ein Lündenschlepp funktioniert. Da blieben eben beinahe meine Schuhe auf dem Boden stehen bei dem Start. Das war eigentlich nicht so geschlagen, aber wir haben auch... So, das Seil ist ausrichtig und jetzt geht's los. Wir werden auf dem Treiben die hoffentliche Thermik. Und dann haben wir das Ding. Piepen, das ist schon mal gut. So, das ist schon mal. 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 Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.